Ich habe zuletzt eine kleine US-Bank gekauft, und zwar Financial Institutions. Die haben eine Marktkapitalisierung von nur 271 Millionen. Ich habe schon länger jetzt nach so einer gefallenen, gebeutelten US-Bank gesucht. Da gibt es ja einige davon, manche sind auch schon wieder gut gestiegen. Und bin am Ende hier bei Financial Institutions gelandet und habe die auch gekauft. Was mich am Ende zu der Entscheidung gebracht hat, ist das Buch Contrarian Investing, was ich jetzt gelesen habe, von Anthony Galea und William Petlen III., die haben das Buch geschrieben. Es ist ein bisschen kontrovers für mich. Ich werde noch mal ein eigenes Video dazu machen. Da sind interessante Sachen drin, aber auch Dinge, über die wir mal reden müssen. Was er auf jeden Fall sagt, was man als Contrarian Investor machen sollte, man sollte sich Aktien suchen, die in den letzten 52 Wochen um mindestens 50% gefallen sind und die große Insider-Käufe ausweisen. Das sind die zwei Hauptkriterien. Es gibt noch andere, aber die Hauptkriterien, die er beschreibt, und ich habe hier mit dem Stockscreener ein bisschen gesucht, diese Aktie trifft das nicht ganz, denn im letzten Jahr sind sie nur um 38% gefallen. Wenn wir aber hier auf den 10-Jährige-Short schauen, dann sehen wir, wir sind hier bei den Corona-Tiefs und am Ende nur 24% über dem 10-Jährigen All-Time-Low. Die Aktie hat ein KGV von 5,2. Das ist eine Bank. Das ist natürlich hier keine Anlageberatung. Ich zeige euch ja auch in euren Videos, wie ich Aktien kaufe, analysiere, wie ich rangehe, wie ich versuche, den Markt zu schlagen. Und bei Banken macht es ja aus meiner Sicht keinen Sinn, sich die Bilanz anzuschauen. Man sollte natürlich mal schauen, sind sie jetzt mehr im Privatbereich unterwegs, sind sie hier vielleicht im Immobilienbereich unterwegs, finanzieren dort Immobilien, was diese Bank hier zum Beispiel tut. Das können wir gleich noch mal im Geschäftsbericht kurz sehen. Aber weitere Analysen traue ich mir hier einfach nicht zu. Ich kaufe hier nach verschiedenen Kriterien, unter anderem, dass die Aktie stark gefallen ist, dass das KGV bei 5 liegt. Und auch hier Price to Book kann man sich bei Bankaktien mal angucken. 0,67. Das heißt, das Eigenkapital ist hier relativ günstig zu erhalten. Und schauen wir uns mal hier die Daten an der letzten 10 Jahre. Und das sieht gut aus, dass der Umsatz wächst hier konstant. Wir haben im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn von 57 Millionen, bei einer Market Cap von 241 Millionen. Das ergibt eben hier das KGV von 5. Die Umsätze steigen schön. Der Free Cash Flow vor sich bei Banken ist hier auch immer positiv. Sie zahlen schön Dividende quartalsweise. Die wird auch in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhöht. Zuletzt wurden 19 Millionen gezahlt. Und damit kommen wir auf eine Dividende von fast 7%. Sie haben hier in den letzten 2 Jahren leichte Aktienrückkäufe gemacht. Und was hier für mich entscheidend war, warum ich mich für diese Bank entschieden habe, sind die massiven Insiderkäufe. Wir haben hier 9 Insider, die gekauft haben für größere Summen. Da schauen wir jetzt mal weiter rein. Los geht's. Wie schon gesagt, ich mache hier keine Bankbilanzanalyse, habe aber trotzdem gekauft. Ich denke nicht, dass das ein Fehler ist, denn per Outside View, zum Beispiel anhand des KGVs, ist das hier ein möglicher Kauf. Nochmal kurz dazu. Die Market Cap, ungefähr 300 Millionen. Total Assets haben sie 6 Milliarden. Loans 4,2 Milliarden. Deposits 5,1. Und sie sind hier im Bereich von Western New York unterwegs. Und hier aus der Investors Presentation schauen wir uns jetzt nur noch mal hier ein paar kleine Details an, die einfach trotzdem interessant sind zu wissen. Zum Beispiel bei den Loans, die hier steigen in den letzten Jahren, liegt der größte Anteil mit 2,5 Milliarden im Bereich Commercial Loans. Und innerhalb von den Commercial Loans macht hier der große Teil Mortgage Loans aus, also Kredite für die Kreditfinanzierung. Das Ganze ist dann hier auch noch mal aufgedröselt. 18% zum Beispiel sind davon Offices und so weiter. Ich würde hier jetzt nicht weiter in die Analyse eingehen oder in die Aufteilung. Wenn euch die Aktie interessiert, guckt es euch selber an. Ich habe mir das hier nicht weiter angeschaut, weil ich hier per Outside View wirklich gekauft habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, die Offices sind nicht 18%, sondern 32% oder 10%, ist das dann gut oder schlecht? Das kann ich nicht beurteilen. Das kann wahrscheinlich niemand beurteilen, weil niemand die Zukunft kennt. Und ob jetzt hier wirklich niemand wieder ins Büro zurückkehren wird in den USA, das weiß man alles nicht. Vielleicht dreht sich die Sache auch wieder. Von daher ist es aus meiner Sicht hier nicht sinnvoll, mehr Zeit zu investieren. Dafür schauen wir hier mal auf die Fakten. Die Dividendenrendite jetzt beträgt 6,8%. Wir können das hier historisch sehen. Die war natürlich immer kurzzeitig zur Finanzkrise sehr hoch. Wir können aber auch sehen, dass sie zum Beispiel hier 2009, 2010 haben sie schon wieder eine Dividende gezahlt von 2,5%. Aktuell sind sie hier eben historisch hohe, fast 7%. Auch ein Grund, warum ich die Aktie gekauft habe in meinem eigenen Portfolio und auch ein Grund, warum ich sie leider nicht in meinem Wikifolio-Sigarbad gekauft habe. Denn dort sind leider keine US-Dividenden anrechenbar. Das Wikifolio läuft trotzdem recht gut. Ich habe jetzt eine Rendite seit Auflage oder seit Start des Wikifolios von 16,8%. Im Vergleich der iShares S&P 500 hat 0,44%. Also extrem hier den S&P geschlagen. Ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Freut mich aber trotzdem sehr. Wenn euch das interessiert, schaut mal in meine Wikifolios. Und jetzt kommen wir hier zu den Insider-Transactions. Das war hier dann für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt. Hier links sehen wir erstmal die Anzahl der verschiedenen Insider, die gekauft haben in den letzten 10 Jahren. Das waren hier 9 Stück, historisch viele. Das letzte Mal hatten wir hier 7 Insider-Käufe zum Corona-Tief am 30.05.2020. Da haben nicht viele wahrscheinlich gekauft. Im Nachhinein natürlich als Fehler. Aber hier haben die Insider gekauft. Jetzt kaufen sie wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Und hier rechts sehen wir das Volumen. Also wie viel Geld sie ausgegeben haben. Und das sehen wir hier nochmal besser in Tabellenform. Also die ersten Käufe waren hier im Februar 2023. Der letzte war am 18.05.2023. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel ein Direktor für 150.000 Dollar gekauft hat. Die anderen haben so gekauft für 25.000, 15.000 Dollar. Das ist jetzt nicht extrem viel. Wir müssen aber sehen, das ist eine kleine Bank. Und hier die Direktoren werden jetzt natürlich nicht so viel verdienen, wie bei Wells Fargo oder irgendwelchen großen US-Banken. Man kann dann hier noch reinschauen. Das schaue ich mir immer gerne an, wie viel die überhaupt ungefähr schon in den Aktien investiert haben. Wie ihr Vermögen geschätzt wird. Das ist natürlich sehr, denke ich, sehr ungenau. Basiert vielleicht sogar nur auf den Aktien, die sie haben. Aber Robert N. Latella, der hier für 150.000 gekauft hat, der wird hier angegeben mit einem Net Worth von 663.000. Und er hat jetzt hier anscheinend zum ersten Mal überhaupt gekauft. Das ist nicht schlecht. Ich habe schon andere Direktoren gesehen, zum Beispiel bei Advanced Auto Parts. Der hat ein geschätztes Vermögen von 30 Millionen. Und wenn so jemand dann für 100.000 oder 50.000 Dollar Aktien kauft, dann ist das nicht unbedingt bedeutend für ihn. Aber hier bei so kleineren Unternehmen ist das für mich schon wirklich gut. Und bestärkend hier die Insider-Käufe sollte nie der einzige Grund sein zu kaufen. Aber passend zum Chartbild, passend zum KGV, passend hier zum Contrarian und Value-Ansatz, ist das hier für mich die richtige Sache. Schauen wir hier nochmal in den historischen Chart der KGVs. Da können wir auch schon mal festhalten, dass das KGV hier zuletzt im September 2009 negativ war. Dann ist es mit wenig Gewinn erstmal hoch gewesen, hier mit 40. Aber sie haben ja eigentlich in den letzten 13 Jahren immer ein positives KGV. Das heißt, sie haben Gewinn gemacht. Und wir haben jetzt hier mit 5,2 ein historisch niedriges KGV, wie hier zuletzt am 27.03.2020, da lag es bei 5,8. Also auch das historische KGV hier sehr niedrig. Ich habe euch also jetzt hier mal ein bisschen ganz kurz dieses Buch vorgestellt. Da gibt es aber nochmal ein separates Video dazu. Das ist jetzt hier nur angeschnitten. Ich habe euch den Aktienkauf vorgestellt. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das von der Analyse zu wenig war, ob ihr es gerne intensiver hättet oder ob das hier das schön zusammengeschnitten und zusammengefasst ist, warum ich die Aktie gekauft habe. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut mal in die Videobeschreibung oder gerne in meine Videofolios. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.